Deinstallieren der HP-Druckersoftware unter Windows 11 Wenn Sie die HP-Druckersoftware deinstallieren möchten, die Sie nicht mehr unter Windows 11 verwenden, führen Sie diese Schritte aus. Trennen Sie den Drucker von Ihrem Computer und dem Netzwerk. Suchen und öffnen Sie auf Ihrem Computer Programme hinzufügen oder entfernen. Blättern Sie in der Liste der installierten Programme nach unten und suchen Sie nach Software, deren HP-Druckername vorhanden ist. Klicken Sie neben der Software auf die Menü-Schaltfläche und wählen Sie Deinstallieren aus. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie erneut Deinstallieren aus. Befolgen Sie gegebenenfalls die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Deinstallation abzuschließen. Windows 11 entfernt die Druckersoftware vom Computer. Kehren Sie zum Bildschirm, Apps und Funktionen zurück. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen Druckersoftware-Programme, die Sie deinstallieren möchten. Sie können auch alle Service-Plugins deinstallieren, die mit Ihrem Druckertreiber installiert wurden. Um problemlos alle Druckersoftware auf Ihrem Computer zu finden, öffnen Sie das Suchfeld unter der App-Liste und suchen Sie nach dem Namen Ihres HP-Druckers. Windows zeigt dann sämtliche installierte Druckersoftware an. Sie können jetzt jegliche Druckersoftware deinstallieren, die Sie nicht mehr benötigen. Wenn die Druckersoftware deinstalliert ist, starten Sie Ihren Computer neu, um den freigegebenen Festplattenspeicherplatz zu verwenden. Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Wiedergabelisten in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos. Klicken Sie auf den Weg zum ayuden zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020